So, da sind wir wieder bei noch mehr Konversationen. Ja, und es geht sofort weiter. Ich empfehle Ihnen, die Archivaufzeichnungen unter Bauer oder Technologie einzusehen. Auf diese Weise erfahren Sie mehr, als ich Ihnen hier erklären kann. Haben Sie noch andere Fragen? Ja, da gibt es wahrscheinlich auch noch eine. Fünf? Ja, das ist erst einmal alles. Oh, ich nehme an, wir können wieder mit Ihnen sprechen, wenn wir weitere Fragen haben. Oh ja, ein... Einen Moment, Kirk. Ich habe eine höfliche Bitte an Sie gerichtet und wurde ignoriert. Das kann ich nicht zulassen. Ich fordere von Ihnen, mich anzuhören. Bitte fragen Sie. Ich werde mich bemühen, Ihnen zu antworten. War es. Dieses Schiff durchlug das Herz des Klingonischen Reiches. Doch ist es uns erst aufgefallen, als Sie unser Territorium schon fast verlassen hatten. Wir haben Ihren Weg zurückverfolgt und festgestellt, dass Sie äußerst geheime Orte passiert haben. Runter. Wir erwarten Ihrer Beteuerung, dass die Daten, die Sie auf Ihrer Durchfahrt eingeholt haben, nicht diejenigen in die Hände fallen, die uns schaden wollen. Wir fordern Beweise. Wir erfordern, äh, wir erwarten, dass Sie Ihren gesamten Speicher auf den Computer unseres Schiffes übertragen, damit wir nach Daten suchen können, die nicht für Sie bestimmt sind. Würden Sie demnach keine Daten einsehen, auf die Sie kein Recht haben? Mein Gehilfe spricht zu energisch, obwohl es richtig ist, dass wir an Ihren Kenntnissen und Technologien interessiert sind. Technologien, um unentdeckt unser Reich zu durchfliegen, Kenntnisse darüber, wie der Weltraum auf sich selbst durchgeschlagen werden kann. Werden wir mit Ihnen über diese Daten zivilisiert verhandeln. Doch ist es eine gerechtfertigte Bitte an Sie, dass Sie alle Daten bezüglich unseres Reiches vernichten? Hätte ich irgendwelche Daten, dann wäre ich gewillt, sie zu versiegeln. Doch wie sie hätten folgern sollen, habe ich keine. Bevor meine Sensoren-Systeme repariert wurden, waren meine Fähigkeiten, Daten zu erhalten und zu verarbeiten, schwerst beeinträchtigt. Insbesondere im Bereich der Aktualisierung externer Daten. Aufgrund meiner gegenwärtigen Neuanalyse des uns umgebenden Weltraums würde ich spekulieren, dass meine einzigen Daten hinsichtlich Ihres momentanen Einflussbereiches darlegen, dass dieses Weltraumgebiet tatsächlich schon seit sehr langer Zeit existiert. Das sind Informationen, die nur für uns bestimmt sind. Löschen Sie sie. Ruhe! Weiß! Wir würden es begrüßen, Zugang zu diesen Informationen zu erhalten, aber auf derselben Basis, nach der wir mit Ihnen über technologische Daten verhandeln würden. Wir haben Ihnen, denke ich, mehr zu bieten, als die hier ab dem Wesen Repräsentanten der Föderation. Da ist, treffen Sie diese Entscheidung und nicht zu übereilt. Weiter! Ich kann Ihnen aufgrund mangelnder Daten derzeit leider keine Antwort auf Ihre Frage geben. Ich werde es versuchen, Käpt'n, obwohl intelligente Wesen oft feststellen müssen, dass es oft mehr Fragen als Antworten gibt. Boah! Jetzt werde ich das hier erstmal speichern, bevor jetzt gleich wieder irgendwas passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Das, 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 das... Ja, manchmal will die Maus hier nicht. So. Ich meine mich dran, entsinnen zu können, dass ich diesen Kristall hier nehmen muss. So. Diese kristallende Linse, deren Kanten glatt geschliffen sind, ist kühl und erstaunlich schwer. Die benutzen wir jetzt... ...damit. Die Linse rutscht leicht in den Leseschlitz des Terminals und der Bildschirm springt an. Äh... Computation. Der Name eines Raumschiffes der CETIC-Klasse, der Name sollte das Mitgefühl für die Reisenden widerspiegeln, bei denen lebenshinderliche Erkrankungen der Klasse 3 oder höher diagnostiziert wurden. Nach einer Generation der ethischen Diskussionen kam man schließlich zu einem Konsens, dem sogenannten Thia-Ghi-Entschluss. Das geplante Ziel der Compassion war die Rückkehr nach Samp-Bram, vier Generationen später. Hallo! Einen Moment bitte. Weiß, hören Sie zu? Sie wiederholen ständig, dass Sie nicht antworten können oder es Ihnen an Daten mangelt. Sogar die Daten des Archivs scheinen unklar, unvollständig und widersprüchlich. Wenn Sie es nicht wissen, wer weiß es dann? Verzeihen Sie, mein Zögern. Ich musste lange und intensiv darüber nachdenken, um herauszufinden, ob Sie diese letzte Prüfung erfolgreich bestanden haben. Sie haben den Kern der Angelegenheiten richtig identifiziert. Lassen Sie mich Ihnen meinen... äh... ...meine Erbauer... ...vorstellen. Hallo? Ah! Das ist Wahnsinn, weiß! Was ist das? Stimme! Trotz unserer Befürchtungen haben Sie als Repräsentanten eines Weltraumreisenden Volkes bewiesen, mit denen wir, die Brassikanern, bedenkenlos Kontakt aufnehmen würden. Der Wettkampf, Situationen, in denen Ihr wahres Gesicht erforscht wurde, findet nun schon seit geraumer Zeit statt. Sie haben eine Einladung erhalten. Sie dürfen zu Ihrem Schiff zurückkehren, wenn Sie möchten, oder fortfahren, sobald Sie befreit sind. Dann beginnt die letzte Prüfung. Ich glaube, Sie liegen richtig, Captain Clark. Das ist Wahnsinn, Jim. Ich glaube, dass Shakespeare richtig lag, Pille. Also er so ungefähr sagte, obwohl dieses verrückt zu sein scheint, hat es doch Methode. Das Gefühl habe ich auch, Captain Kirk. Hier geht weitaus mehr vor, als wir zuerst angenommen haben. Ich denke noch, Sie nehmen die Einladung an. Ich werde auf jeden Fall gehen, ob Sie nun mitkommen oder nicht. Ich glaube, die Einladungen waren alle gerichtet. Das werde ich nicht zulassen, Captain Clark. Ich werde Sie mit allen Mitteln daran hindern. Sie werden nicht gehen. Es ist mit Sicherheit eine Falle. Äh, Sie hören... Sie hören sich fast wie Tuskyn an. Reißen Sie sich zusammen und verhalten Sie sich wie ein Offizier. Jetzt, ähm... Moment, war das, glaube ich, Spock mit dem... Genau, mit dem Nackengriff, ne? Batsch! Ja, richtig, genau. Gott, bin ich gut. Überraschung und Wut spiegeln sich in den Augen des Klingonen wieder, während er gegen die Bewusstlosigkeit ankämpft. Captain Clark, helfen Sie mir! Ich schicke Sie an Bord zurück, Ravel. Falls diese Menschen mich nicht belügen, muss ich durch dieses Portal gehen, um zu erforschen, was dahinter liegt. Ja, und, äh, dann gehen wir mal hier rein. Mal gucken, was passiert. Denn wir wollen die Brassikaner ja kennenlernen, ne? Äh, hallo? Mr. Scott, Sie sind aus dem Sensorienbereich verschwunden. Hm, was soll das bedeuten, Junge? Sie befinden sich einfach... Sie sind einfach verschwunden. Ja, genau. Ja, und auf geht's in die finale Mission. Die achte. Oh, yet there is methode in it. Ach, jetzt aber. Ach, du liebe Zeit, ja, ich erinnere mich düster. Ach, Logbuch des Käpt'ns, Sternzeit 6269,3. Hatten wir den nicht schon mal? Egal. Der Landetrupp und der Käpt'n der Klingonen, klar, haben ein mysteriöses Zeit- und Raumportal passiert und sind im Begriff den seltsamen Brassikanern, die uns bereits testeten, endlich gegenüber zu... werden. Was? Gegenübergestellt zu werden. Ein erfolgreicher Abschluss der letzten Prüfungen wird offizielle Beziehungen zwischen unseren Völkern etablieren. Mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, was passieren könnte, wenn wir scheitern. Brassikan Wir heißen Sie alle willkommen. Wir bewundern Ihre Courage, Ihre Aufrichtigkeit und Ihre Bereitschaft, dem Unbekannten mutig zu begegnen. Können Sie uns sagen, was hier abläuft? Wo sind wir? Ich muss Sie um Geduld bitten und hoffen, dass Sie durch Ihre Umgebung nicht zu sehr beunruhigt sind. Ich kann leider noch nicht alle Ihrer Fragen beantworten. Diejenigen Elemente unserer Gesellschaft, die ein Zusammenkommen unserer Kulturen äußerst argwöhnlich betrachtet haben, noch einige Fragen an Sie, sowohl an die Menschen als auch an die Klingonen und den Vulkanier. Ähm... Noch mehr Tests? Also... Also noch mehr Tests, na gut. Ich würde gerne einmal hören, was die anderen hierüber denken. Ja, genau. Ich ziehe mich zurück, bis Sie mich erneut rufen. Hä? Äh. Fragen wir mal unser... Momentan haben die Brassikaner das Sagen und erwarten von uns, dass wir nach ihrer Pfeife tanzen. Doch haben Sie bisher nicht von uns verlangt, unsere persönliche und gesellschaftliche Ethik zu überschreiten. Täten Sie das oder tun Sie das mit Ihren nächsten Fragen, dann wäre die Situation eine andere. Sie haben uns vor schwierige Entscheidungen gestellt, Captain. Doch denke ich, dass wir alle imstande sind, verantwortungsbewusste Entscheidungen zu treffen und die Konsequenzen daraus zu tragen. Ui. Gut, mit dem Spock und mit den anderen rede ich jetzt gleich, denn die 10 Minuten sind schon wieder rum. Unglaublich. Aber ich denke mal, es werden hier nur noch ein, zwei Folgen folgen. Das reimt sich. Und dann werde ich dieses Let's Play auch durchhaben. Also, freut euch auf das Finale. Bis dahin, NRW18. Sind adieu. Bis zum nächsten Mal.